Sie fragte ihn, ey, kommst du mit uns baden? Wir brechen heute Nacht ins Freibad ein. Es ist ein wunderschöner Sommerabend. Lass uns jung und unvernünftig sein. Sie sagte, komm, wir trinken was zusammen. Wollen wir uns nicht eine Flasche teilen? Schau mal da, der Mond ist aufgegangen. Wollen wir heute mit den Wölfen heulen? Sie nahm ihn bei der Hand und beide rannten. Den sanft begrünten Hügel lachend hoch. Sie stolperte, doch er hat sie gefangen. Sie küssten sich und ließen nicht mehr los. Und neun Monate später in der Kirche sagte jemand, eigentlich schon krass, dass das, was damals auf dem Hügel anfing, in einem doppelten Selbstmord geendet hat. Hm.